Hallo, hier ist das erste Video von Resident Evil 7, zusammen mit Peter und Martin. Ja, einen Tag nach Halloween. Neu, oder? Ja. Neues Spiel auf. Einfach, oder? Ja. Also, jetzt kommt's noch der Potschirm. Hm? Hey Baby! Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht! Ich komme gleich nach Hause! Yeah! Ich kann's gar nicht erwarten, mit diesem Babysitterjob fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermiss dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich Ethan, ich vermiss dich so sehr. Ich schick dir tausend Küssen. Tschüss Baby! Ja, dann schlussend, ähm, wenn es dann anfängt, das Spiel noch sparen, sie machen sich aber dann alles mit Verstecken und zu Hause. Hm? Ah ja, ja. Oh, ich glaub das hat jetzt nicht aufgenommen, ne? Kann sein könnte passieren. Ich weiß nicht. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn... dich dies erreicht... Such... mich nicht! Hallo? Hey, hier, äh, ist Ethan. Oh, hey. Alles in Ordnung. Du warst auf einmal verschwunden. Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie... Sie... Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi Luziana. Du Mann, wir sind jetzt drei Jahre. Ich weiß. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Sie sind nicht bei uns. Wie ist es? Ich weiß. Was entstand mir? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du ist das. Forder der Ein�fenster. Hier sollte es sein. Jo, jetzt kann man uns bewegen. Ähm, mit einem Suchen. Also, wir haben jetzt davor, äh, die gesamten mit, also plus mit verstecken, alles zu finden. Also komplett alles. Nun, wir sind jetzt angekommen und schon geht der grusel Spaß los. Gehen wir mal durch den Wald. So, im Wald ward habe ich nicht, oder? Nein, im Wald ward nichts. Es geht aber erst ab, hauslos. Dann. So, hier können wir nicht rein. Also, wie gesagt, mit allen Münzen, mit allen Wackelköpfen und mit allen Dokumenten. Hm, genau. Und hier können wir nicht rein, weil hier eine Kette ist. Und ich glaube, hier war ein Dokument. Oder war das ein Dokument? Bin mir nicht sicher. Dann schauen wir uns nochmal rein, ne? Die Zeit steckt hier. Schau's mal an. Äh, ja, das sind die Reporter. Genau. Wer ist überhaupt unterdenken? Weiß man nicht. Der, äh, Glänzig. Der schließt sich. Äh, wie war das? So war das. Und, genau. Ne, zwar, wo, wo ist es durch? Akten. Ne, null. Und Akten. Ja, null. Eine Akte hast du schon mit dabei. Ja. Die eine Akte hast du ja schon mit. Eine Akte. Hier kommen die Akten. Wo? Das wusste ich gar noch nicht. Dass man bei der Karte hier die Akten auch anschauen kann. Oh, was? Hast du so lange das Spiel jetzt schon? Hast du es nicht gewusst? Ja, ja. Für die Aufklärerschein. Ne, ne. Für einen E-Mail, oder? Na, die, ja. Na ja. E-Mail nicht so ganz, ne. Ja. Der Zettel mit dem Foto. Der Briefkuvert heute, ne. Mit Akten drauf, ne. Ja. Rückseite war nicht so lange nicht. So. Dann haben wir die erste Akte. Und die zweite kommt gleich. Führerschein. Genau. Na dann gehen wir mal weiter. Und gleich gehen wir. Ja. Ein Vater. Hm. Das. Auch was ich jetzt nicht ganz richtig verstehe. Hm. Aber jetzt jetzt schneller los. Daucht der Vater auf und du losst automatisch langsamer. Hm. Ha ja. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ähm. Kann sein, ja. Ähm. Das muss ja hier irgendwo hergekommen sein. Ja. Aber wo? Das ist ein großes Geheimwild. Vielleicht. Wie kann das in der Erweiterung in den Hart? Hm. In der Soja. Ja. Könnte sein. Ja. Die gibt's ja auch bald jetzt auch. Die Erweiterung. Ja. Und die mit. Und wir schätzen einmal, dass wir dann auch die Erweiterung dann einmal mit aufnehmen dann. Hm. Hm. Hier sind sechs Blätter. Äh. Ja. Wir haben die anderen gesagt Windspiel. Hm. Gefährliches Windspiel. Ja. 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 So. Und das da hinten ist, glaub ich, das. Der. Das. Äh. Kraftwerk. Die Mine. Die Mine. Ja. Ja, ich glaub das ist die Mine. Wo es dann aus der Mine raus kommt. Hm. Wo du dann rein gehst. Raus. So. Hier eigentlich auch was geschraubelt. Genau. In der Taschen ist jetzt der Führerschein. Hm. Und die auch. Damit man die abgelebt. So. Drehen. Bisschen dreckig oder verbrannt, keine Ahnung, Peck sein. So, und nun geht's ins Schauerhaus Ney. Schaukel? So, nicht wundern, Peter schaukelt gern. Gattenschlauch? Glaub ich zumindest, das ist so ein Gattenschlauch-Ding. So, jetzt geht's rein. Wie aus Geisterhand. Und jetzt kann ich doch nicht mehr raus. Ja. Verdammt! So, ätzer. Jetzt. Unheimlich. Naja, jetzt noch ein Zufall. Die Geräusche. Die müssen wir nächstes Mal mit Kopfhörern mal spielen. Oder mit der Feuerbrille. Ja, und Kopfhörer. Ja. Hat einer noch? Ah, Mist! Mist! So, ein bisschen im alten Haus, oder? Im alten Haus, ja. Gut. So, machen wir jetzt mal die ganzen Sachen nochmal durchzuschauen. Hm, ein bisschen. Hühlschrank, der könnte mal sauber gemacht werden. Hm, naja. Geil zu machen? Ja. Und die Mikronelle, äh, sieht auch nicht total aus. Nein. Nicht wirklich. Noch nicht. Äh... Mal mal schauen. Aber... Kann ich gar nicht richtig anklicken? Ich glaube, dann ist es keine. Ich glaube, die Akten, die kannst du dann richtig anschauen. Hm, hier sind doof. Ich sag, hier war doch auch... Da war die Münze drin, auch. Ach so. Ach ja, stimmt. Da darf man es. Die kriegst du aber dann erst dann... Wenn du das Video hast. Ja. Da darf man die gleich nicht vergessen. Genau. Also, wie gesagt, äh... In... ...der... Küchenabteilung... ...ist die erste Münze drin. Hm. Und hier ist die Karte, glaube ich, oder? Nein. 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 Nein.